Es war einmal am Abend, spart eine wunderschöne Nacht. Die Sternen am Himmel leuchten so hell, es war eine liebliche Pracht. Auf einmal freut's mir in meinem Herzen, denn einheimt Mächte bei meiner Herzliebsten sein. Und war das Wegerle nur so weit, so kunnt es mit Grautenmeer heut. Und wie es geht übern Berg und Tal, so hört es überall. Es singt und jaucht mit zirstem Schall die Schirne, Frau Nachtigall. Frau Nachtigall schirmpfeift und singt, von einem aus zu dem anderen springt. Sie spült mal auf, ein Danzer lang schwingt, das mir viel Freuden bringt. Und wie es geht übern Berg und Tal, so hört es überall. Es singt und jaucht mit zirstem Schall die Schirne, Frau Nachtigall. Frau Nachtigall schirmpfeift und singt, von einem aus zu dem anderen springt. Sie spült mal auf, ein Danzer lang schwingt, das mir viel Freuden bringt. Sie spült mal auf, ein Danzer lang schwingt, das mir viel Freuden bringt. Sie spült mal auf, ein Danzer lang schwingt, das mir viel Freuden bringt. Sie spült mal auf, ein Danzer lang schwingt, das mir viel Freuden bringt. Das ist doch heftig, oder? Also diese Kuh hat jetzt hier verteidigt, dass der Wolfgang wunderschön Musik macht. Und als wir da hinwollten, das zu fotografieren, kamen sie an. Genial. Und, hallo, das ist jetzt hier unsere Session. Ich kann gar nichts sagen. Das ist noch nicht genug. Das ist so unglaublich. Wir sind jetzt hier über den Graben gerichtet, weil die uns definitiv hier nicht haben will. Guck mal, da kommt der Fritzi, den kenne ich schon länger. Der mit den roten Haaren hat mich auch durch die Latschen immer verfolgt und hat zugeschaut, was ich mache. Die will nicht, dass die uns begrüßen. Guck dir das an. 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 Untertitelung. BR 2018 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 So heftig. Da? Ja? 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 Schau mal an, wie die sich gegenseitig da wegdrängeln. Also vorher war es noch wunderschöcher, da war ich auf dem Stein der Frankstelle und da waren es in Feierreihen und Grimstad. Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020